Norddeutscher Rundfunk 2021 So, auch der Romantiker hat natürlich einen Böcke bekommen. Thomas Roos, Streiftandau und Klaus Zouk, die drei Böcke in Fragen beantworten werden. Mit Ja, Grün oder Rot, Nein. Sind Sie bereit? Ich habe nichts damit zu tun, mit diesen Fragen. Darum geht die erste Frage um deine Person. Der Klaus Zouk ist Maxim Lapierre von den Schweizer Journalisten. Wie überraschend ist der hier. Ich meine, Stanley Cup hat Maxim Lapierre. Du kannst 700 NHL spielen. Ich meine, Stanley Cup hat er. Das ist nicht schlecht. Also, wenn er jetzt 5 Stanley Cup hat und 30 Berufungen ins All-Star-Game, dann hätte ich Grün auf gehabt. Aber einfach einen gewöhnlichen, annuell Profi, der jetzt einfach in der Menschheit sitzen könnte. Ja, stimmt. Es war auf die Spielerische bezogen. Ein bisschen mehr Respekt. Ein bisschen mehr Respekt. Jetzt gestehst du dem Lars nicht einmal ein bisschen Schadenfreude zu. Das war aber nicht der Einzige. Dann willst du den Klöser, den Klöser auch. Nein, aber diese Schadenfreude haben wir nicht zugestanden. Also, die hat er verdient. Die Hockey Week. Every Wednesday at 19 p.m. Only on SportalHD.com